das ist ja eine gute entwicklung schnell wieder raus hier das raubt uns ja sämtliche energie nein es ist schwieriger als man denkt was na gut so geht es anscheinend auch aber dann müssen wir richtig ziehen ja so geht es offensichtlich nicht dann müssen wir das hier mit ihnen machen oder? nein damit geht das nicht, das soll nur, das soll es mir erschweren richtig? ich glaube das hat es mir schwerer noch das hör schon auf ja, ok ok da haben wir uns ein bisschen zu lange aufhalten lassen da rüber, ok ist sich unser geisterfreund da wirklich sicher? ah, dahin geht es ah, jetzt sollen wir nach da ok dann nehmen wir uns hier gleich ein bisschen was mit nein! das war richtig gewählt können wir bitte einmal aufhören mit dem quatsch? danke ist darüber richtig? nein! ich glaube ich versuche einfach nochmal da hochzukommen und dann von da nach da und dann von da nach da oder von da oben oder von da oben wieder und dann springen wir einfach auf das richtige ähm ach, perfekt meine äh Vorrichtung meine Greenscreen Vorrichtung ist auch schon wieder im Eimer warten wir kurz dann müsste ich jetzt wieder schließen nein! oh mein Gott! so hektisch ich glaube von oben ist besser das heißt wir müssen jetzt da rüber ja